Ja, hallo, guten Tag, Goethe B2, Lesen Teil 2. Die meisten solcher Reisen, ähleber Rechle, die blieben jedoch lange ein Luxus. Ich kenne die Taragraphen hier, man kann sich biedern, die sich die meisten Menschen nicht leisten konnten. An sechs Tagen der Woche und zehn Stunden am Tag zu arbeiten war um 1900 normal. Ja, die Menschen in 1900 arbeiten, sechs Jahre lang und zehn Stunden am Tag zu arbeiten. 10 Stunden am Tag zu arbeiten, aber nur jemand war, der war, der war, der war. Dies, enda, tzich im Laufe de zwanzig ist in Jahrhunderts. Das Ganze wird in der Jahrhunderts verändern, als die Arbeit mehr von Zeit bekommen. Die Arbeit hat mehr von Zeit bekommen. Die Arbeit hat mehr von Zeit bekommen, die Löhne steigen, die Wolle steigen, die Wolle steigen und die Wolle steigen. Ich denke, es ist ein Schöpfel. Das ist die Frage. Er spricht hier, was sie im Gegensatz zu machen? Die Menschen haben sie nicht mehr genutzt, sie haben sie nicht mehr genutzt. Hier, wenn wir uns sehen, dann sehen wir sie. Sie haben sie mit dem Sjaak gearbeitet. Sie arbeiten sechs Wochen, sie arbeiten zehn Stunden, sie arbeiten, sie arbeiten. Sie haben sie nicht mehr genutzt, in der Zeit. Die Zeitung, Die derzeitigen beliebtesten Reiseziele weltweit sind Frankreich, USA, Spanien, aber auch Deutschland zieht immer mehr Reisende an. Anziehen an Jezeb, Jezeb, Erträgt. Insbesondere die 15-24-jährigen Europäer, Almanya-Gazäbe, in der Wartelie. Die umruhen von 1524, die kommen gern nach Deutschland, die lieben, 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 die lieben. Sie sind in Berlin und Mörik, und Verlag. Ein Grund dafür, dass die gut in Deutschland immer geliebteitschäcke, die lieben, die lieben, die lieben, die sie haben, werden. Sie sind mehr und mehr lebendig. Okay. Das ist jetzt. Da gibt's Niemann in vielen Parts und Club, auch viele Kulturangläuten. Hier. Ich weiß es, wo man kommt? Hier ist es ein Schwer. Hier ist es ein Schwer. Hier ist es ein Schwer. Hier gibt es ein Schwer. Aber es gibt auch ein Schwer. Ein Schwer. Ein Schwer. Ein Schwer. Ich weiß es, dass sie durch die Siaq und die die voran sind. Untertitelung des ZDF, 2020